Was kann man tun, wenn die natürlichste Sache auf der Welt nicht mehr auf natürliche Weise geschieht? Weil Sie in Bezug auf Ihr Lächeln nicht das Selbstvertrauen haben, das Sie gern hätten und es somit lieber unterdrücken. Aber wenn Sie Ihr Lächeln unterdrücken, unterdrücken Sie auch Ihr wahres Selbst. Es wird Ihnen die Möglichkeit genommen, sich voll und ganz selbst auszudrücken. Vielleicht haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie Sie das Aussehen Ihres Lächelns verbessern können. Wahrscheinlich haben Sie die Möglichkeit erwogen, Zahnklammern zu tragen. Aber Klammern sind nur ein weiterer Grund, sein Lächeln zu verbergen. Eine Lösung, die Sie zum Lächeln bringen wird. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, der Welt das Lächeln zu zeigen, das Sie schon immer zeigen wollten. Aber ohne jede Menge Metall im Mund zu haben. Sie heißt Invisalign. Und dies entfaltet seine Wirkung unsichtbar mit einer Serie von herausnehmbaren Schienen, durch die Ihre Zähne allmählich begradigt werden. Ich bin davon überzeugt, dass Invisalign bei meinen Patienten wirkt, weil ich dessen Wirkung beobachten konnte. Ich habe beschlossen, verschiedene Methoden auszuprobieren, um das Problem zu lösen. Und nachdem ich alle Optionen bewertet hatte, war dies die einzig richtige Wahl. Invisalign wirkt ohne Metall oder Drähte. Das Verfahren beginnt damit, dass Sie sich bei Ihrem Arzt einen Sprechstundentermin geben lassen. Und schon zwei Wochen später hatte ich einen weiteren Termin, um all die Röntgenaufnahmen und so weiter machen zu lassen, weil ich sofort Feuer und Flamme war, als ich es das erste Mal sah. Ich wollte es gar nicht glauben. Ich glaube, ich habe meine Kinder beneidet. Meine Kinder haben wunderbare Zähne und ich dachte, warum nicht auch ich? Ein schöneres Lächeln. Wir haben die geeignete Methode. Ich beschloss, die Invisalign-Behandlung in meiner Praxis anzubieten, weil ich gern mit modernster Technik arbeite. Und ich wusste, dass meine Patienten das wirklich zu schätzen wissen würden. Nach dem Erstellen einer Anfangsdiagnose und der Ausarbeitung eines Behandlungsplans schickt der Arzt Abdrücke Ihrer Zähne an Invisalign, wo Sie in einen Computer eingescannt werden. Invisalign legt dann eine Reihe von Stadien fest, die beim gegenwärtigen Zustand beginnen und bis zum gewünschten Endergebnis reichen. Und diese Simulation wird Ihrem Arzt zugesandt. Die Sprechstunde bestand darin, dass wir uns zusammensetzten und er einen Laptop aufbaute und mir meine Zähne zeigte. Das ganze Verfahren und dessen genauer Ablauf. Und er konnte mir genau sagen, wann meine Behandlung beginnen würde und wann sie abgeschlossen sein würde. Nachdem Ihr Arzt die Behandlungsschritte genehmigt hat, verwendet Invisalign ein patentiertes Herstellungsverfahren, um eine Serie durchsichtiger, für Sie individuell konzipierter Alleiner zu fertigen. Aufwendige Herstellung, einfache Anwendung. Es gibt aber wirklich gar nichts Besonderes zu tun. Man nimmt sie in Empfang, setzt sie ein und trägt sie. Das ist alles. Es gibt nichts einzustellen. Alles ist total einfach. Man trägt die Alleiner 24 Stunden am Tag, außer beim Essen und Zähneputzen. Alle zwei Wochen wird ein neues Set eingesetzt und Sie gehen alle sechs bis acht Wochen zum Arzt, um den Fortgang der Behandlung überprüfen zu lassen. Die durchschnittliche Behandlungsdauer liegt bei etwa elf Monaten. Die Behandlung kann aber auch schon nach sechs Monaten abgeschlossen sein. Das Ganze ist wirklich eine total angenehme Sache. Ich denke kaum noch daran, dass ich sie trage. Ihr Aussehen bleibt während der Behandlung praktisch unverändert. Es wird durch die Behandlung in keiner Weise beeinträchtigt. Die meisten Menschen bemerken gar nicht, dass meine Zähne behandelt werden. Die Behandlung bleibt unsichtbar. Die Ergebnisse sind augenfällig. Invisalign wirkt und es wirkt bei einer Vielzahl von Fällen. Ganz gleich, ob Lückenstand, Engstand oder schiefstehende Zähne korrigiert werden sollen. Und dies wird erreicht, ohne dass sie ständig zum Arzt rennen und sich schmerzhaften Behandlungen unterziehen müssen. Ich glaube, die meisten Patienten für die Zahnspangen in Frage kommen, könnten auch mit Invisalign behandelt werden. Ich weiß, dass sich meine Zähne bewegen, denn alle zwei Wochen spüre ich den Druck. Ich spüre, dass es zu unterschiedlicher Zeit an unterschiedlichen Stellen drückt. Und jetzt kann ich mittlerweile sogar die Bewegung schon richtig sehen. Meine beiden Vorderzähne, die sich gegenseitig überdeckt hatten, haben jetzt eine Lücke dazwischen. Während ich weg war und alle zwei Wochen ein neues Aligner-Set eingesetzt habe, konnte ich schon nach kurzer Zeit jeweils Veränderungen in meinem Mund feststellen. Und als ich mit den Alignern arbeitete und sah, wie gut sie funktionieren, war ich natürlich restlos überzeugt. Und dazu die begeisterten Reaktionen der Patienten. Super! Mit Invisalign können Sie auch weiter normal essen und die Zähne putzen. Sie nehmen einfach die Aligner raus und putzen die Zähne und setzen die Aligner wieder ein. Nach dem Mittagessen oder Abendessen. Ich weiß, dass es mich genervt hätte, wenn ich mit Zahnspangen mir nach dem Essen nicht richtig die Zähne hätte putzen können. Ich kann essen, was ich will und wann ich will. Ich brauche nicht besonders vorsichtig beim Eisessen zu sein, nicht besonders vorsichtig bei klebrigen Speisen. Es gibt keine Probleme beim Zähneputzen. Verbessern Sie Ihr Lächeln. Verbessern Sie wie Ihr Aussehen. Mit Invisalign wird Ihr Lächeln mit jedem Tag echter. Ich lächle jetzt mit mehr Selbstvertrauen. Mein Lächeln ist breiter geworden und ich kann jetzt viel entspannter mit Leuten reden. Beruflich und privat. Ich finde es gut, dass ich die Initiative ergriffen habe, etwas für mich zu tun. Und mich um Spangen bemüht habe, um dann festzustellen, dass ich auch Invisalign nehmen kann, was der neueste Stand der Technik ist. Es ist ein Gefühl der Freiheit, so ohne Klammern, kein Metall im Mund. Das ist wahnsinnig angenehm. Es ist bequem. Sie sind sehr einfach zu handhaben. Die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Sie werden mehr lächeln. Ich glaube, das ist tatsächlich das Allerbeste dran. Ein schönes Lächeln sieht immer gut aus. Und Invisalign kann Ihnen dazu verhelfen. Ganz gleich, wer Sie sind. Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Arzt. Je früher Sie das tun, desto früher werden Sie sagen können, dass Sie ganz glücklich über Ihr neues Lächeln sind. Ich liebe mein Lächeln und es ist jetzt völlig anders als vorher und ich habe wieder Selbstvertrauen. Ich fühle mich gut. Ich finde es schön, dass meine Zähne jetzt alle schön gerade sind. Das ist toll. Das ist absolut jeden einzelnen Cent wert. Invisalign. Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Arzt und beginnen Sie mehr zu lächeln. Bis zum nächsten Mal. Testy.